Ernsthaft? Ernsthaft? Nein. So blöd kann niemand sein, oder? So blöd kann auch niemand sein. Na gut, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt. Ja, ich bin auf mich alleine gestellt. Ich muss mal die Fallen hier auslösen, die Mersa gestellt hat. Das ist der Drecksbastard. So, seid ihr jetzt so schlau und kommt da raus? Sind die immer noch da? Ich glaube, die hängen da immer noch. Oh, und jetzt geht hier die Action ab. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Shit. Shit. Bitte nicht, bitte nicht. So ein Bullshit. Alter, lass mich... Willst du mich verarschen? Lass mich in Ruhe. Ach, du Scheiße, ist der heftig. Der Erstaunste, wa? Schöpfst dich einfach zurück. Ähm... Gut, ich habe ja meine Magie, ne? Ich habe ja meine Magie. Aber erstmal... Sicherheitshalber... ...speicher ich mal. Man weiß ja nie. Na, komm. Oh, scheiße. Er zopft mir die ganze Zeit Leben ab. Und Magika, das ist schlecht. Gut, ähm... Nein, das wollte ich nicht. Ich will meinen Eisspalter haben. Du... ...kleiner Pisser. Guck dir das an. Na? Wie gefällt dir das, ne? Hm? Wo? Nein. Nicht dein Ernst jetzt, ne? Nicht dein fucking Ernst. Du willst dein Duell. Oh, guck dir die beiden an, da. Naja. Naja. Immerhin haben die etwas getan. Was war denn das für ein Bullshit, ey? Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich sie einfrieren kann. Spinnen. Das ist ganz gut. Das sind also ihre Haustiere, ja? Na, was hab ich da mit deinem Kollegen gemacht, hä? Oh, einer, der schlau genug ist. Ja. Aber nicht lange lebt. Das ist schlecht für dich. So, Truhe. Orkischer Pfeil. Uh, Gold. Drei von drei. Junge. Deine Nachzeit ist gerettet. Dank mir. Allein dank mir. Ich hab halt keine Stallpfeile mehr. Ähm. Ich muss unbedingt schmieden lernen. Unbedingt. Weil ich mir auch das ganze Zeug hier irgendwie machen kann. So, nehmen wir halt wieder Falmerpfeile. Hm. Ein Nest. So, Jungs und Mädels, seid ihr noch da? Vermutlich schon, ne? Na gut. Ich war ja schon auch gefasst, dass ich alleine bin. Sklavenquartiere. Uh. Oh, das geht langsam echt zur Sache. Das geht langsam echt zur Sache. Aber ich hab so ewig schon, ich hab zu viel gespielt. Zu viel. Dreck. Dreck, 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 Dreck. Das wird mich wieder ein Monat lang mindestens zurückwerfen. Naja, wenigstens hab ich dann ordentlich was aufgenommen. Und ich muss nicht mehr so viel aufnehmen. Schrei nicht so rum, Mann. Ich bin am Schleichen. Jetzt sind sie plötzlich wieder da und tun so auf dicke Hose, weißt du? Wer ist da? Ich passe auf, dass dem Zero von Ashington nichts passiert. Dabei waren sie eine halbe Ewigkeit weg. Wenn sie nichts auf die Reihe bekommen haben. Ja, ich rede um euch. Ihr habt nichts auf die Reihe bekommen. Ich frage mich immer noch, wozu der Schlüssel von diesem Mann sieht er da? So, okay. Gibt's hier noch irgendwas? Ne. Oh, Kali. Warum tust du mir das an? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Ernsthaft? Fick dich dir. Nein, ne. Das machst du nur einmal. Oh mein Freund, das machst du nur einmal. Gut, da ist nichts. Hauptsache, wir den Weg versperren. Diese dreckigen Asolanten. Kleiner Seelenstein. Hier ist sonst nichts drin. Uh. Huuuuh. Verhaltet euch so still, wie ihr könnt. Die Fallen mehr mögen blind sein, aber sie können uns immer noch hören. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Gut, die Frage, als ich von gefragt habe, ist er blind oder blöd? Hat sich damit erledigt. Ich gebe es zu. Er ist, er war blöd. Nein. Selbstverständlich war er blind. Oder ist blind. Selbst die Fallen mehr haben nicht die Schmerzen verdient, die diese Vorrichtungen ihnen zugefügt haben müssen. Die Zwerge waren ein grausames Volk. Hoppla. Ja, die haben hier extra Schüler hingesetzt und da alles massakriert. Oh, was? Dieb? Des Diebes letzte Worte. Scheiße, ich habe es nicht gelesen. Das interessiert mich jetzt aber mal. Ähm. Bücher. Äh, wo haben wir das? Wo haben wir das? Des Diebes letzte Worte. Niemand glaubte, dass es sie wirklich gäbe. Aber ich habe sie gesehen. Die Augen der Schneeelfen. Schneeelfen? Die Zwerge dachten, sie hätten sie den Fallmann genommen. Doch sie wurden selbst getäuscht. Eine Statue, heimlich von den Sklaven errichtet. Die Augen brennen sich in euch und ich sehe sie sogar jetzt noch. Es Rava. Konnte durch den zusammenbrechenden Tunnel entkommen. Aber er wird niemals denen entkommen können, was wir gesehen haben. Niemand wird ihm je glauben. Und das Wissen, dass er sie nie wieder sehen wird, wird ihn in den Wahnsinn treiben. Doch ich sehe sie vielleicht noch einmal, bevor ich sterbe. Der hat aber noch ziemlich viel Haut dafür, dass er zu der Zeit noch gelebt hat. Schneeelfen? Ich glaube, er meint diesen großen Fallmann, die große Fallmann-Statue, ne? Anders kann ich mir das nicht erklären. Okay, ich bin kurz vorm Ziel, glaube ich. Oh oh. Oh oh. Ja. Bleib ruhig darin stehen. Naja, uh, bisschen Spaß. In unserer Kammer gibt es eine Menge von Einheimen. Wir können hier durchschleichen oder sie ausscheiden. Hier ist es einerlei, solange wir zum Mercer gelangen. Was ihr auch tun wollt. Wir sind bei euch. Wie viel der aushält. Was leckt denn das so? Was leckt denn das so? Leide. Leide. Ich kümmer mich um den Burg schützen, ihr um den Rest. Ich sagte ihr um den Rest. Wie sieht der überhaupt aus? Schamanenschlüssel? Verstehe ich nicht. Wofür ist dieser Schamanenschlüssel? Irgendwo muss es vielleicht eine Truhe geben, extra vom Schamanen? Ist das vielleicht möglich? Fallmarschleicher. Fallmarschleicher. Hier ist noch einer. Lassen wir die Spielchen und beenden wir die Sache. Ach, da drin. Der hat jetzt noch nicht gerafft, dass er im Zelt ist, weil er blind ist. Was ich durchaus verstehen kann. Wie kann er mich so anvisieren, wenn er blind ist? Du bist blind, verdammt. Oh, schießkundsverpassert. Warte, ich will hier rein. Ja, soviel zu dem. Ich kann da nämlich nicht rein. Die braten sich in Skiva. Der dreckige Ratte. Ich verstehe nicht. Hier ist keine Truhe oder so. Oder? Vielleicht hier drin? Hier ist eine Truhe, ja. Aber keine verschlossene Truhe. Und das irritiert mich. Weil ich habe einen Schlüssel von so einem scheiß Typen bekommen. Der aber nichts verschlossen hat. Ich verstehe es nicht. Oh, lass den Scheiß, Leute. Steht mir nicht immer im Weg. Hier ist keine Truhe drin. Oh, die ist schon leer? Die habe ich schon ausgebeutet. Wofür ist dieser Schamanen-Schlüssel? Ich meine, wofür brauchen die überhaupt einen Schlüssel? Die haben doch nicht mal eine Ahnung, was ein Schlüssel ist. Oder etwa doch? Müschen die extra echt mal was für ein Schlüssel ist. Die wissen doch nicht, was ein Schlüssel ist. Kannst du mir nicht erzählen. Okay, da oben ist nichts Besonderes. Ist hier noch irgendwas? Ne. Heuhofen. Ich kann hier schlafen, klasse. Ich bin sehr stolz auf dieses Augenblick, dass ich hier gelernt habe, dass ich hier schlafen kann. Das mächtigste Viech hier unten. Seziert. Wie ein armes Schwein. Naja. Das sieht nicht gesund aus. Verbrechen ist eine Sache. Mord eine andere. NASA wird sich dafür verantworten müssen. Was? Was? Was hab ich denn da gemacht? Okay. Ich seh' dich. Wer ist da? Ich weiß nicht, wozu ich noch anvisiere, aber... Ich hab' ihn getroffen. Das zeigt, es hat funktioniert. Ich hab' ihn nicht getroffen. Siehst du, ich hab' nicht anvisiert. Krieg' ich mein Pfeil wieder? Haha. Ich bin langsam überladen, Leute. Wir müssen das Ganze hier mal schnell zu Ende bringen. Wie weit ist das denn? Das ist doch nicht wahr. Surprise! Surprise! Hallo? Surprise? Ich glaub' so was sollte ich suchen. Aber die Truhe ist so weit weg, die muss ich... Oh, fuck it. Okay, ich bin ganz in der Nähe. Ah, ich hab's fast. Scheiß-Experten-Truhe, ey. So.